Der Lehnbach in den Stauziehen. Der Lehnbach nur genießen, das Erdürer. Einfach ruhig genießen, Füße baumeln lassen. Lehnbach, Stausee, Unterbach, 15. Mai 2022. Der Lehnbach, Stausee, Unterbach, 15. Mai 2022. Der Lehnbachweg. Der Radfahrer kommt entgegen. Der Lehnbachweg. 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 Der Lehnbachwegweg. Der Lehnbachwegweg. Der Lehnbachwegweg. Tal entlang. Wir kommen jetzt zum Saarbrunnen. Ich sitze jetzt oberhalb vom Saarbrunnen. Ich muss immer wieder Pause machen, dass der Arm nicht zu sehr am Schwitzen kommt. Ich bin jetzt auf dem Weg von Ledenbach. Hoch zum CVJM Sportplatz. Mit dem Arm geht es halt alles beschwerig. Da kommt der Arm jetzt halt ins Schwitzen. Ob das unter dem Verband keine Probleme macht, werden wir wieder sehen morgen. Aber ich brauche diese Durchblutung. Da vorne wird es noch steiler. Diese Antibiotika und Tabletten werden auch noch angeschlagen. Oh, jetzt ist er noch steiler. Ohne Geländer ist auch schlecht. Kann man sich auch noch irgendwo festhalten. So, jetzt muss ich Pause machen irgendwo. Oh, bevor ich umkippe. Oh, jetzt fällt mir schon schwer heute. Oh, da kommt ein entwurzelter Baum. Da leckt eine riesen Wurzel rum. Oh, jetzt gucken wir mal das Ding an. Gleich haben wir es geschafft. Kommt eine Brücke hier. Unterhalb vom CVJM-Platz. Und das war noch drüber. Hoffentlich stolpere ich da nicht. Schwer ist Feierabend. Ich glaube die letzten Meter zum CVJM-Platz. So wie es aussieht gehen nicht. Da ist zu. Da muss ich. Da ist zu, das ist geschlossen. Da muss ich da seitwärts vorbei. Auf die Straße raus. Richtung Schützenhaus. In der Oberhaus am Tennis-Club raus. Ach Mensch. Ich bin gespannt wo ich da rauskomme. Ich kenne das noch. Von früher. Ja. Da ist ja die Straße. Da müssen wir wohl raus. Ja. Fisch. Da ist ja. Was ist? Ja. Wie war das? Das sollte ich nicht sagen. Das ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020